jo servus freunde einen mordsmäßigen sonntag wünsche ich euch ist es schon halbwegs dunkel hier ringsherum aber irgendwie auch noch nicht so wie es aussieht wir sind gerade wiedergekommen vom warte mal mal hoch machen vom helfen vom umzug vom kumpel da waren wir heute den ganzen tag unterwegs ich habe heute auch nicht so viel zeit gehabt ich sehe gerade es ist alles ein bisschen verschoben hier wartet mal nicht mal so das kann man nicht beim scrollen kann man das alles ein bisschen ändern so und ja ich bin stufe 85 geworden begleiter stufe 18 ich habe jetzt nur 16 energie ich werde die 85 nicht mehr überbieten tatsächlich schreibe hier schon mal hin die 85 und werde jetzt noch hier zack zack so für das video das ganze freilassen so genau sondereinsatz mäßig habe ich tatsächlich die beiden jetzt frei den hier habe ich auch geschafft heute finde ich super dass das geschafft habe und was ganz heftig ist in der rangliste sind wir mit 97 prozent dabei uns fehlen noch vier punkte in ausstattung und im quartier noch zwei wir sind aktuell 28 mega nice und großes dankeschön an die unterstützung von vor allem einem weiteren helden dem nils der mich mit den donuts heftig unterstützt hat bei den donaten ich habe es heute ausgerichtet 11600 donuts sind es die du brauchst für den voll ausbau tatsächlich ist jetzt nicht unbedingt wenig finde ich hoch schlubber ziehe ganz oben schiebt gestern hey toll ein aktiven user youtuber wie dich zu haben auf jeden fall weiter und dir und deinem team wünsche ich viel glück der voll ausbau ist bestimmt nicht mehr weit entfernt mfg schrieb noch mal drei prozent noch go 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 ja danke ja go 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 glückwunsch moin wofür noch einmal die 100 nicht ready und morgen habe ich erst geburtstag aber trotzdem danke maurice nachricht wurde entfernt wunderbar verstehe ich jetzt nicht unbedingt so jugend hello i start to play on this server at the fünfte und ein day pause can i join your team da ist irgendwas i want answer und schön dass du answer want ist bg hat geschrieben können i join please irgendwas und ja wunderbar auch ein bulgarian player powerpuff girl 70 wunderbar brego habe ich hier juna nils schmidi und co alle haben sie mir geschrieben möchte ich jetzt nicht alles vorlesen tatsächlich weil ich einfach weiß dass da auch sachen drin sind die nicht unbedingt vorgelesen werden müssten da ist eine neue nachricht von war mein fehler habe ich ein bisschen verrechnet noch 185 ton hat ja richtig uns werden noch 185 ton hat bis zum voll ausbau ist aber nicht so schlimm das quartier ziehen wir erst mal bis 29 dann und den rest machen wir dann später ganz entspannt wir haben 28 aktive mitglieder und die hero hosen sind tatsächlich ausgebaut wie nie zuvor mega geil wir haben heute sonntag als ist der 9.9 und das ist eigentlich das beste geburtstagsgeschenk was sie alle mir machen konntet und machen könnt den voll ausbau der fast voll ausbau bisher mega nice ich danke euch auf jeden fall und das ist ja auch ein vorzeitiges geburtstagsgeschenk und nicht das geburtstagsgeschenk heftig auf jeden fall vielen dank an euch so jetzt schauen wir auf die anderen teams wir haben sonst noch vier teams die jetzt insgesamt die 100 prozent haben also ich sage mal drei teams und uns weil ich zähle uns jetzt einfach dazu mit abstand dann allerdings der rest wenn es jetzt einfach mal der rest und helden sind es abgelaufen herzlichen glückwunsch so haben wir eine super hero dabei nein noch nicht und hier geht auch heftig weiter so auf die 0 würde ich gerne gehen ich bin 111 der ehre ist unwichtig und 68 da in der ep liste heute um 21 uhr ist das wochen nun jetzt ende ich werde in den top 100 vertreten bleiben in der zeit finde ich gut stufe 127 hengst die stufe 120 der toralf alpha 116 also ihr seht es gibt schon 16 über hunderte und ordentlich anwärter dafür und wir haben die erste hose auf dem 36 platz das ist schon gar nicht so schlecht kommen wir hier nochmals wochenturnier ihr seht hier die gleiche gleiche verteilung wie auch auf der anderen seite hier wie bei den helden in der stufe freunde das war es eigentlich voll ausbau ist geschafft fast münzen fehlen noch und ein paar donuts in diesem sinne ja ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag morgen kommt kein video und glaube ich doch morgen kommt video natürlich gehört zur server startreihe dazu bis morgen wieso sage ich es kommt kein video so ein quatsch bis dann euer eddie